Hallo und herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. Wir spielen jetzt höchstwahrscheinlich die Nebenhandlung Sigiri. Ich liebe ihre Stimme einfach. Also, kann ich eine Angelegenheit machen? Natürlich, was ist es? Senna, du bist... Ja, mein was? Du bist Onigiri. Ich würde... für alle in der Kolonie. Oh, jetzt, dass du es sagst, ich erinnere mich, dass du es vorhin sprachst. Vor uns hierher gekommen sind, wir haben sehr schwer gemacht. Auf jeden Fall, ich dachte, es wäre optimal, dass sie mit etwas beantworten. Genau, natürlich. Das ist eine gute Idee. Aber, bist du sicher, dass du das Onigiri möchtest? Es gibt viele Fälle, die viel besser sind. Ich möchte dein Onigiri, Senna. Würdest du das, Senna? Sieht, dass du deine Kuchen gefunden hast. Na, wenn du so starkst, ich muss meine Bestandacht vorbeigehen. Also, es scheint, wir brauchen ziemlich viel Mithrisen, diese Zeit. Ja, wenn wir genug machen für alle, wir haben, wir können die Kolonie Lambda wiederholfen. Sieht, 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 Sieht. Die Färon-Manipulatoren sollte manieren, Sieht, Sieht, Sieht. Oh, danke, Sieht. Das wäre... handig. Ich finde es schön, dass wir jetzt endlich mal die Stimmen von den anderen hören. Und, es ist tatsächlich nur Sigiri, die wirklich, ähm, diese Robo-Stimme hat. So, er hat das gar nicht so. Oh, yes. Unsichtbare Verbindung. Yes. Ach so, es heißt gar nicht Nebenhandlung Sigiri. Oh. Gut, dass ich das schon aufgeschrieben habe. Nun, dann, Nummer 6, bitte presentieren Sie Ihren Report. Before I do, I would like to verify my assumptions first. The number of remaining Ferons in Colony Zero is a total of seven. And the Feron ignition circuit is secured with an Iris recognition lock, meaning that none, save us, are authorized to pilot them. Therefore, the use by Kevis and Agnes is fundamentally impossible. Correct? Affirmative. No errors detected in preceding statements. Number six. Number seven. I ask for your calm. While reconnoitering in the Fornes region, I confirm the existence of an eighth unit. Oh no. Nummer vier ist ein Mobius geworden. Oder? Weil Nummer vier hat sich damals ja für Sigiri geopfert quasi. Oder so in, in die Richtung zumindest. Äh, boah, das könnte jetzt sein, ne? Unexpected. The Identification number was for... Unit number 13. Okay, Nummer 13. Are you certain? Does this suggest, she is alive? As Morbius wahrscheinlich, ja. I have no evidence. The signal dissipated quickly. I could find no other leads. I've informed nobody of this incident so far. I didn't wish to cause undue agitation. However, I decided that you should be appraised of the situation number seven. I, uh, I know it's been on your mind, ever since she disappeared. Thank you. This concludes the report. Looking forward to this onigiri. Or what have you. Hey, Sigiri. All done? Affirmative. Unit number seven is ready to depart on command. Someone sounds eager. Well then, shall we hit the road? Okay. Okay. If she is indeed alive, I should have felt the connection. But at this moment, I feel nothing. Is it... Is it really you? Number 13? Okie dokie. To Colony Lambda. Compliance. Das wird eine interessante Story, denke ich mal. Das wird eine der besseren Nebenhandlungen sein. Aber wir hatten ja einmal eine, die war ein bisschen Lamer. Also zwei hatten wir, glaube ich. Die waren ein bisschen... Hm. Ich glaube, Miyabi und Triton waren es, ne? Wo es so ein bisschen schade war, dass man nichts aus der Vergangenheit haben konnte. Bin mir jetzt aber nicht genau sicher. Aber egal. Das wird, glaube ich, wieder sehr interessant. Hey, schön, euch wiederzusehen. Was braucht ihr heute? Habt ihr etwas mit Files? Also eigentlich brauchen wir sogar ziemlich viel. Oh, es tut mir schrecklich leid, aber unsere Lager sind zurzeit leer. Oh, wirklich? Das ist ja schade. Als wir das letzte Mal wegen Missreis hier waren, hattest du nicht gesagt, ihr hättet große Lagerbestände? Naja, um ehrlich zu sein, ist nicht nur Missreis, der fehlt. In letzter Zeit wurden einige Lieferungen der Transporteinheit angegriffen. Nahrung, Läfnis-Teile, woran ihr auch gerade denkt. Es fehlt uns wahrscheinlich gerade. Das klingt als, als hätte ihr große Schwierigkeiten als gewohnt. Was mit euren Schutzeinheiten? Die begleiten doch eure Transporte oder etwa nicht? Ja, da hast du nicht Unrecht, aber am besten wäre es, ihr lasst euch die Details vom Leiter der Logistik erklären. Aha. Okay, also ein bisschen mit dem Missreis. Was machen wir jetzt, Senna? Hm. Ja, das ist eine Sache, aber... Senna? Hm? Was etwas falsch ist, Seguri? Vielleicht ist es verwendbar, die Suche für Mithreis aufzunehmen und Ich finde die Stimmen so gut auch von denen, das habe ich noch nie gesagt, ne? Also die Vertonung von den ganzen Stimmen ist echt nice. Hey, excuse me, can we talk to you for a minute? Hm? Oh yeah, sure thing. What can I... Ah! Why is that inside the colony? How did it infiltrate us? Hey, hang on. What's gotten into you? Don't act dumb. That's the lead mist that attacked us, isn't it? What? Wait, what are you saying? You think the person who attacked the transport was... No, you got it all wrong. We haven't done anything and Segiri's been... Senna, breathe. But this guy's... So just to confirm, the Levenis, or whatever it is you saw, are you certain it was the same as this machine? What? I just told you, didn't... Hmm. No, hang on. Now that I look closely, maybe it's not quite the same. Oh, and anyway, you lot helped us earlier. Oh, finally tweaked, have you? Think before you make a ruckus next time, all right, mate? Hmm. Hmm. Es war nicht ganz derselbe. Hey, Senna, what the spark is going on here? Don't worry, Segiri. We all trust you. You said it. It can't be the others from Colony Zero either, I'm sure. If we are to ascertain the truth, I believe that all possibilities must be considered. In other words, we don't know enough yet to conclude that the culprit was a pharaoh, right? Of course, we'll get to the bottom of this. Yes, we will. We must. Is it coincidence? Or is it... her? I told you, she's a Z. The logistics chief told me you were coming. You wanted to talk about the attacker? Whitby sagte, dass du vielleicht ein paar Begriffe hast. Ich bin ehrlich, wir wissen noch nicht wirklich etwas über Leveness' woher. Aber es scheint, dass es ein ähnliches Mal gibt, um die Goods stolen von Leveness in Colony 4. Deine Meinung ist, dass der Perfektor der Colony 4 attack war die gleiche Person, die hier verantwortlich war? Ja, ich denke, sie sind. Really, doch? Wenn nichts getan ist, andere Coloniener können auch die Gäste und Materialien verhörten. Ich hoffe, dass ihr, dass ihr, dass ihr, dass ihr, die Colony 4 besuchen könnt, und zu investigieren, die Dinge auf dem Boden zu verhörten. Warum uns? Was ist mit ihr, die Handeln? Wenn wir Agniansen so gemacht haben, wir würden viele Sorgen aufhörten. Especially immediately, nachdem wir sie verhörten. Ja, genau. Es wäre schwer für uns zu investigieren, aber auch, als ich höre, dass ihr, dass ihr alle mit der Colony 4 mit der Colony 4 seid... Hmm. It seems we could conclude that the perpetrator of the attack on the transport was a Faron after all. Tion. Mate. Pal. You always know exactly what to say. Just stating the facts. Regardless, no matter if it's a Faron or an as yet unknown Leveness model, real problem lies elsewhere. What's important is who was piloting it. Number 13. Uh... Are we gonna like this? I have information to offer. Probability is high that the objective is a Faron. Assuming that is correct... I believe I may have knowledge of the operator's identity. Whoa. Really? But... All the folks from Colony Zero were accounted for. Several years ago, a soldier went missing in action after an accident during a mission. That was number 13, the operator of Faron unit number 13. I see. At the time, neither the husk nor the Faron were recovered, leading to number 13 being declared killed in the line of duty. But you're saying it's possible she's still alive somewhere today? Is that it? If number 13 got separated from her comrades, no wonder she'd be pushed to steal supplies in order to survive. I have no proof for the conjecture. However... If number 13 truly is alive, then this time around, I will be sure to... Sagiri, have you been worrying about this ever since we talked to Whitby? Alright. It looks like we've got one more objective to add to the list. Righto. To bring number 13 back to safety. Sound about right, Sagiri? Yes, Sana. Alright then. Time to head to Colony 4 and look for clues. Just like Tonya said. I hope there's some clue in Colony 4 about where to find number 13. Yes. Cool. Hmm, get them right there. Hmm, 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 hmm. Hmm, 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 hmm. Mmm, hmm, 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 hmm. Hmm, 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 hmm. Hmm, 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 hmm. Aufgeben. Huh? So. Wo müssen wir denn hin? Nach unten? Maxi Maxi Oh, you guys are tracking them too Yeah, for a few reasons You wanna let us handle your side of it as well? Sure, since you asked so nicely Cheers, Maxi We owe you And sorry for the hassle Nah, don't mention it This isn't the time for personal feelings Best focus on resolving the matter at hand According to my info The attack took place around the border Between here and the Danar Desert If you search every nook and cranny thereabouts You might find something Understood Then we'll have to go do just that I'm sure it goes without saying But I'll say it anyway Be real sparking careful Oh, and good luck Okay Okay Da haben wir doch was zu untersuchen Perfekt Oh ja, da liegt auch was Hier waren wir schon mal, ne? Detecting a faint energy signature Leveness Wrack Leveness Wrack Assessment Site of attack Correlates with the report Okay There were crucial parts missing Perhaps someone was trying to repurpose them Hmm, for the reparation For the reparation For the reparation More importantly There's nothing else here Did we come here for nothing? Evidence of pharon activity detected Huh? What? Where? Visual sensors have detected Residual flame clock energy Its signature is unique to mobile armored units Utilizing a flame clock for propulsion Wow You can find stuff like that Nifty The trail leads in the direction of the desert Pursuit is currently possible And advised Then let's go after them, Sugiri Compliance Hmm Oh Ich weiß wohin Kommen wir jetzt endlich in diese geheime Höhle? Wisst ihr noch? Hier unten drunter So gibt's ja diese Geheimnisse Diese Türen und so Container Wo wir nie rankamen Und da hinten Und wir gehen genau darauf zu gerade Oh mein Gott Das wäre ja mega geil Wenn wir endlich da reinkommen Ja 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 Wir gehen genau drauf zu Wir gehen genau in die Richtung Guck da diese zwei Türen Und Container Das wird es sein Endlich 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 Kommen wir in diese scheiß Tür rein Ja 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 Es sei denn der biegt jetzt komplett hier rechts ab Äh links ab meine ich Okay Ne Ja Dann ist es Ja 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 Endlich Endlich Kommen wir hier rein Oh mein Gott Hat das ewig gedauert Wir sind bei 207 Parts Und wir kennen das Ding schon seit 180 Folgen gefühlt Oh endlich kommen wir hier rein Endlich kommen wir hier rein Ah Das nicht wollen wir öffnen Was machen wir? Aha Sounds like a job für Lanz Dinkie Door Dinkie Door All I need is a bit of a running start And Und Sicher Ja Interfacing with security seal Entering override code Clear Entry lock has been released Oh Cool Cheers Cheers Might be a bit late to ask But since we're about to meet this number 13 What kind of person is she? Number 13 was the foremost Pharon pilot in Colony Zero In terms of pure battle prowess She exceeds my own Oh If she attacks us before we can explain the situation Things might go badly for us That will not be an issue Number 13 will respond to me You've got a lot of trust in her Yes I am sure she will understand Cool 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 Well then What say we get this dear reunion underway Endlich kommen wir hier rein Oh mein Gott Ektohöhle Ektohöhle Level 69 Level 69 Mhm Mhm Natürlich Es ist eine ganze Höhle nur mit Level 69ern Ja Natürlich Du Horny Entwickler hier Ja Ha, 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 ja, 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 unsere Liebeshöhle hier, what the fuck, was ist das denn hier, das ist ein Riesenloch, okay, hier befindet, hinter befindet sich der Container, bitte öffnen, bitte öffnen, bitte öffnen, yes, Ja, das wundere ich mich auch, boah, endlich haben wir den, meine Güte war das lang, Randach, Skopo, Ich hoffe, dass sie noch lebt, weil ihre Flame Clock ist ja immer noch von ihrer Lebensenergie abhängig und nicht mit Äther zu mindern, Bin richtig gespannt Er hat die ganze Zeit allein hier gelebt Objektive confirmed ahead We have no hostile intentions Please disengage optical camouflage Receiving unrecognized ID Färon unit Number 13 So, it is her 13 Number 7 Huh? Zagiri Please, I need some time Okay 13 Number 7 I don't believe it, it's really you It's been so long, number 7 I thought I'd never ever see you again Agreed, 13 I should have realized this sooner If I had, this wouldn't have No, don't worry a bit Anyway, it wasn't all terrible for me I mean, I almost died I mean, I almost died And I was alone for ages But it's all been worth it I finally realized something And what is that? All of us Färon pilots From the moment we were born We didn't actually have to follow any of the orders we were given We only thought we did Do you understand? But it wasn't true in the slightest See for yourself Nobody gives me any orders But I'm still able to survive like this, right? In other words You have learned how to issue orders to yourself What a weird way to put it But yeah, maybe you could say that From this point on All of us can run free Live life just how we want to So come on Number 7 Let's you and me go on a rampage together Spread mayhem to the entire world Please? Huh? All the things and people that made us what we are now Now it's our turn to do with them as we like We can loot and steal We can smash and burn We can even murder Right? Doesn't that just give you chills, Number 7? You're with me, right, Number 7? You've gotta be The 13? What are you talking about? Um Wait What are you talking about? What's wrong? You've always understood me, Number 7 That is Oh, no How very strange I don't seem to understand you either Before now, I always understood everything about you, Number 7 13 I'm Sigiri now Please, listen Sigiri? What is a Sigiri? Number 7? You're Number 7! Seriously What's gotten into you? What about you? I see Now it makes sense Now I understand why the connection between us has up and disappeared Thirteen Thirteen What do you mean? I and Number 7 have always been together But, uh, well Things change, right? I can see that your heart Belongs over there now Oh, yes Der rote Farron Oh, nein Level 70 Es sind schon zwei tot Es sind zwei tot Ah Beide Healer sind tot Ähm Wir haben ein Problem Ah, sehr gut Endlich Heal Not Beide Healer Nys Ich bin tot. Die hat einfach unseren Healer gekillt. Ich muss neu starten. Die hat mir einfach meine Healer bei der gekillt. Der hat schon wieder meine Healer gekillt. Ich kann die nicht besiegen, wenn ich keine Healer habe. Das ist unmöglich. Das kannst du knicken. Das ist meine, dass sie mich nicht erwischt. 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 Explosionen, nice Ich muss jetzt unbedingt Mio muss leben Ist egal, Mio lebt Ich mach einfach die Kette Oh, wir sind jetzt sogar bei 100% Ätherabwehr um 50% senken Oder Abwehr ignorieren Sigiri 150 P, wenn der Kommando Abschließt, okay Ja, Schakal-Clone Jetzt Sigiri Nice Jetzt Das ist der Ende.